Donny, pass mal auf, da. Da wird gerade jemand bedroht und das gefällt mir nicht. Donny, du weißt, wie das läuft. Und das wird jetzt unterbunden von irgendeinem Russen. Wenn es jetzt knallt, musst du querhalten. Ich habe nichts dabei, ich mache jetzt... Jetzt knallt, halte ich quer, Alter. Da stehen sie doch. Brunnen, brunnen. Ich habe dir gerade eine Chance gegeben, dich hier zu verpissen. Und jetzt hast du mich Vollidiot genannt, oder was? Du hast mich Vollidiot genannt, ist das dein Ernst? Nimm dein Gottverdick, nimm dein Endduch, motherfucker. Nimm dein Endduch. Ich soll mein Endduch machen. Nimm dein Endduch. Ich weiß schon, warum habt ihr dich durchschaut. Du hast gar nichts. Mich durchschaut man nämlich auf dem Server niemals. Wenn ich nicht streamen würde, wäre ich immer noch ein Orakel, Digga. Viele wüssten nicht, wie ich ticke, Digga. Digga, sogar die Cops, Bruder. Hat niemand noch den Clip, wo der eine Cop den einen Gefangenen freigelassen hat? Weil er gesagt, er hat gesagt, ich möchte von Sony Montana nicht eingepackt werden. Ich glaube, ich bin mir das jetzt anders überlegt. Und lasse sie jetzt auch wieder mit raus. Wir haben eben alles und können hier dann ihre Freunde anrufen und die sie dann gleich bestimmt abholen, oder? Ja, oder halt wieder auf den Halber, dann müsste eigentlich noch mein Auto stehen. Ja, komm, ich fahr sie zum Auto. Fugendrack. Mal kurz gucken, ob ich im Funk bin. Dann hoffentlich ist der Trick hier gegessen, ja? Naja, dann ist ja alles gut. Weil ich habe auch keine Lust, dass mich der Herr Montamer nachher einsammelt. Das ist schon öfters vorgekommen. Der ist, als er sich eingesammelt hat. Ne, mich nicht, aber er ist bekannt dafür. Ja. Wer hat das geschafft? Wer hat das schon geschafft auf diesem scheiß Server, Bruder? Let's mal retalk, Digga. Wer hat das geschafft, Digga? Ich bin manchmal selbst überrascht. Ich hätte mit so einer Reaktion auch nicht gerechnet. Wer hat das geschafft, Digga? Keiner, Bruder. Und das Ding ist halt, ich ruhe mich ja darauf auch nicht aus. Ich sage nicht, wow, ich bin der Heftigste oder so. S-O-Doppel-N-Y zum M-O-N-T-A-N-A. Hast verstanden? Niemand fickt mich. Klatschen, aber ich muss kurz das Essen holen, ne? Ah, ich bin gerade aufgewacht in La Cosa Nostra anwesend. Wie geht's? Ey, Tamo, mein Sohn, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag, gell? Ey, ich habe auch ein Geschenk für dich. Aber das gebe ich dir erst später, wenn wir was trinken machen, okay? Okay. Tamo, du bist jetzt endlich 12. Du darfst jetzt ein Bier trinken. Das ist okay und deswegen gehen wir einfach, ich weiß nicht, hast du ja was noch geplant haben? Du hast mir gerade 10 Whisky zugesteckt. Ich habe gesagt, ein Bier. Die Familie Montana ist ein bisschen anders, anders. Hast du auch was zu trinken? Nee. Willst du ihm das nicht selbst geben? Was denn? Ist doch dein Geschenk oder nicht? Nein, ich habe es dein Geschenk. Komm mal mit, hast du ihm schon ein Geschenk? Ich habe ihm ein Teddybär geschenkt, ein Taschentuch, ein Lebkuchenherz. Achso, und ich habe Kuchen gebacken. Danke. Ja, bitte. Ich werde angerufen. Okay. Hallo. Hi, hier ist Lia. Bono Stelle. Ähm, ich wollte nur mal eben anrufen. Ich habe dir noch von diesem Russen erzählt, richtig? Ja, der steht gerade mit fünf Mann vor den News und das sieht ein bisschen so aus, als wenn sie Nein sagen würde, dass vielleicht was passiert. Dass was passiert? Ja. Mein Sohn hat gerade Geburtstag, der will feiern. Verdammt scheiße, wo ist sie? Stadtpark. Wirbelpark oder was? Ja. Ey. Also, ich weiß nicht, ob es falscher Alarm ist, aber die sind ganz schön bedrohlich, weil wir... Halt die mal hin. Halt die mal hin. Halt die mal hin. Ja, mach ich. Mach ich. S-O-Doppel-N-Y-N-U-T-A. Wo bist du? Äh, Friseure, weil ich gerade Kajo bin. Ich brauche dich ganz kurz, ich nehme dich ganz kurz mit. Ich muss nur jemand kurz bedrohen, ich brauche einen zweiten Mann oder so. Das dauert eine, zwei Minuten, okay? Du bist einfach der Einzige, der mir gerade eingefallen ist. Ganz schnell. Ich komme hin, ich komme hin. Komm zu der Gasse hinten, okay? Komm an die Gasse hinten. Weißt du, der Parkplatz da? Ja, warte. Ich behalte dich kurz mit dem Telefon. Ich stehe hinten in der Gasse. Ich stehe schon da. Oh, fuck, shit, digga. Ich habe meine Waffe nicht dabei, wegen dem Gangwar. Donny, du musst mich jetzt retten. Hast du eine Waffe dabei? Natürlich habe ich eine Waffe dabei. Ach, shit. Junge, 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 ich beeile mich. Okay. Ach, jetzt muss ich mich mit meinen Augen bedrohen, digga. Du hast Laser-Augen, Alter. Ja, klar. Donny, ich bin hier auf dem Parkplatz. Ich lege mal auf. Ich muss den Kontaktpersonen anrufen, kurz. Ja, ich komme. Das darf jetzt nicht knallen, digga. Ich mache jetzt Welle ohne Waffe. Ja. Wo stehst du genau? Also, ist das noch präsent? Jein, ich weiß nicht genau. Also, der Russe sagt die ganze Zeit, dass der es nicht ernst meint. Also, dass Denise sich keine Sorgen machen muss wegen den Leuten, die da stehen. Ja, ich bin jetzt nicht umsonst gekommen. So, ich stehe hinten auf dem Parkplatz. Ich war gerade auf meine Verstärkung und dann komme ich, laufe ich da jetzt aber ein. Aha, okay. Aber ich komme nur zu zweit. Okay, gut. Bleib am Telefon, bitte. Ja. Was, Liebes? Er hat dich nach deinem Geld auf dem Konto gefragt. Donnie, go, go, gib ihm. Komm, steig raus. Ich rück mir. Also. Harte los. Wir haben hier gerade ein kleines Problem am Wirftpark. Falls es knallt, rufe ich einfach Geronimo in den Funk, dass ihr beschädigt. Ja, ich komme schon mal in die Richtung. Donnie, pass mal auf. Gut, okay. Da wird gerade jemand bedroht und das gefällt mir nicht. Donnie, du weißt, wie das läuft. Ja. Das wird jetzt unterbunden von irgendeinem Russen. Okay? Ist nichts Großes. Bruder, wenn es jetzt aber knallt, digga, muss... Ach, du! Wo war knallt? Woi! Wenn es jetzt knallt, musst du querhalten. Ich habe nichts dabei. Ich mache jetzt... Jetzt knallt halt ich quer, oder? Warte mal ganz kurz, das ist die Nanny gerade. Scheiße, ich habe ein Problem, digga. Moment mal ganz kurz. Wo? Wo seid ihr? Lia? Ja, hier ist ja super viel los. Wo sind die denn jetzt alle hier hingerannt? Der Brunnen ist übrigens sehr hübsch und... Verstehen sie doch. Brunnen, Brunnen. Sind die das? Also, und Juri reden lassen. Okay. Ja, ich lasse Juri reden. Donnie, ich schwöre es dir, ich habe keine Waffe. Ja, aufgestanden, alles gut. Gottverdammtes Gesicht, wie es ist. Und ich frage mich nur, wie viel hat diese Frau auf dem Konto? Und wer sind diese Gottverdammten Typen, die das hier... Ich weiß nicht. Wer ich bin, mein Name ist Sonny Montana, du machst den Abgang, hast mich verstanden. Oh, jetzt schmissen wir, Kolinio, Mann. Kannst du bitte gehen, Mann? Das sieht auch aus wie einer. Hey, das ist halt wichtig. Komm mal, den Würfelpack. Ähm, ähm, ähm... Aber jetzt... Ich hab dir gerade eine Chance gegeben, dich hier zu verpissen. Und jetzt hast du mich Vollidiot genannt, oder was? Du hast mich Vollidiot genannt, ist das dein Ernst? Nenn dich auch Pussy. Ich nehm dich jetzt hier auseinander. Komm, bitte. Ey, Leute, Leute, jetzt. Du, nennst mich mit Sicherheit nicht Vollidiot hier an dem Scheißbegriff. Dann mach ich jetzt Vollidiot. Was machst du denn? Alles klar. Nein, 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 alles klar. Der Clown sollte ganz schnell die Fresse halten. Bitte, 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 tu mir den Gefallen, bitte. Nochmal, ich hab das gar nicht verstanden. Oh, Sonny, das ist nur für Pussy. Also, ich hab gesagt, du sollst... Am Brunnen hinten, am Brunnen, am Brunnen, am Brunnen, am Brunnen. Hey, Sonny, wann kommt denn deine Freunde? Sollen wir nicht direkt loslegen, Mann? Wir sind schon da. Sonny, bitte. Wir sind schon da, damit dein Gott verwickelt eine Hände hoch, Motherfucker. Nimm deine Hände hoch. Ich soll mein Hände hoch machen. Nimm deine Hände hoch. Ich soll mein... Du machst besser deine Hände hoch jetzt, oder du bist tot, du kleine Fotze, Alter. Scheiße, ich hab keine Waffe dabei, Bruder. Jungs, hör dich nicht da rein, fickt die bitte, kommt. Fick die weg, bitte. Ich hab keine Waffe, Bruder. Leute, ey, kommt ihr bitte. Äh, Tan, ich brauch euch. Bruder, am Würfelpark, da hat's geknallt. Ich glaub, Donny ist down, Bruder. Ey, Jungs, wer hat denn jetzt hier geschossen, Bruder? So kleine Fotze am Würfelpark, Digga, fickt die weg, Bruder. Die sind frech, die haben... Äh, so Russen, Bruder, so ein Russel war das. So ein Russel, Bruder, ich muss meine ver-fickten Waffen holen, Bro. Donny ist, glaub ich, down, Bruder, wir müssen den rausholen. Fick die weg. Hört ihr die Shorts, bitte. Ja, Bruder, ich weiß nicht, wo unsere Jungs sind. Ich weiß nicht, unser Mann liegt auch schon wieder, Jungs, wo seid ihr? Jungs, das, bitte, das wär die Blamage hoch 10. Hinten, an, an dem Hotdog-Stand, hinter dem da, am Wasser, Bruder. Ja, am Brunnen, hier am Würfel. Pistolen sind die am Schießen, ne? Bullen, auch noch? Bruder. Pistolen, oder? Ja, Pistolen, Bruder, Pistolen, Pistolen. Ey, ich hol grad meine Scheiß-Gans, Digga. Ich hab alle drei hier geholt. Ja, ja, danke. Ist Donny down? Ich bin da, hinter dem Shop. Ich bin gleich da. Pass doch, Röger auf, er verwies dann. Was ist, ja? Ich weiß, dass du am Würfelpack warst, du gehst ja bitte weg mit Tamo, weil dort hat gerade eine Schießereich stattgefunden, okay? Okay, Tamo, wir müssen gehen, komm. Komm. Wer ist denn noch hier am Würfelpack? Kops, komm da hin, zu den Verletzten. Rajig, was ist los? Die halbe El-Zent von euch liegt in den Würfelpacken auf dem Boden. Ich weiß, die liegt auf dem Boden? Ja, wir haben die gerade alle stabilisiert hier. Donny liegt hier. Oh mein Gott. Irgendein Christian, also drei, vier Leute von euch ist safe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß Bescheid. Wir brauchen einen Arzt, wir brauchen einen Arzt. Ja, die sind alle stabilisiert, also wir müssen nach Amerika kommen. Alles klar, danke. Aber FRB und so ist auch schon hier, oder? FRB ist da? Nein! Ihr Arsch steht hier neben mir. Also sie liegt auf jeden Fall so im Glatzkopf, so ein... Ja, diese kleine Fotze war frech des Todes. Also Donny liegt hier auf jeden Fall noch gleich. Sind neben mir jetzt noch mehr Leute? Ey, ich muss jetzt auflegen. Okay, danke für die Info. Danke, danke, danke. Leute, wir müssen unsere Leute da... Wir brauchen jetzt einen Arzt. Ja, das Ding ist, geht schwer, wenn da Bullen sind. Ich weiß. Meinst du? Ich habe einen Service abgesetzt. Mal gucken, ob einer kommt. Wie viele Bullen sind das? Drei sehe ich hier. Drei Bullen sind da. Sorry, ich habe da halt echt gerade Probleme. Gebt euch mal bitte einen Bescheid, weil ich möchte nicht, dass euch was passiert. Ja, dein Sohn hört nicht auf mich. Der muss jetzt auf dich hören. Wenn er jetzt nicht auf dich hört, kriegt er eine Schelle von mir. Verstanden? Sonny kriegst du eine Schelle von Sonny, ne? Also jetzt kommt. Los, komm. Tavo. Zieh dich an den Ohren hier raus mit seinem Gehör. Jetzt eintreffende Streife ist von IA. Aber sofort. Kennt jemand? Und? Ihr passt bitte auf euch auf. Ich bin in... Um Hand und Drehen fertig, doch. Ich muss nur ganz... Die Schießerei war... Es spielt keine Rolle, okay? Naja, auf dem einen steht auf dem Rücken. Mir geht es immer gut, wie du siehst. Oder? Okay. Passt auf euch auf. Okay, ihr passt jetzt auf euch auf und geht bitte in Sicherheit. Ja. Alles klar. Bis gleich. Okay, ja. Bis gleich. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020